Seid gegrüßt, mein Name ist Wulff. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ihr könnt hier auf meinem Kanal sämtlichen Content zu Lost Ark sehen. Sei es PvE als auch PvP sowie Dungeons, das heißt Chaos Dungeons und Raids. Ich streame montags bis freitags von 21 Uhr, meistens bis Mitternacht, manchmal auf Open End. Dieses kündige ich allerdings vorher an. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen oder Stöbern auf meinem Kanal. Wir sehen uns in den Streams bis dahin. Gehabt euch wohl, euer Wulff.